Mit dem Geruch von Frühlingsblumen aufzuwachen ist super einfach. Besonders, wenn der Strauß auf den Nägeln ist. Ich möchte mein Winterlook loswerden. Was ist das für ein Geruch? Es riecht nach Frühling. Ein blühender Baum inspiriert Lilien. Ich will, dass alles um mich herum blüht. Und hier kommt Cindy. Heute machen wir eine frische Frühlingsmaniküre. Blumenägel. Trag lila, rosa und blauen Nagellack auf ein Kunstnagel auf. Gleich die Oberfläche an und malt weiße Blumen. Die Mitte sollte glänzen. Fügt einen goldenen Streifen am Rand auf den Nagel hinzu. Trag den Tropfenglitzer auf einen weiteren Nagel auf. Befestigt auch einen Strassstein. Und sichert die Nagelkunst mit klarem Nagellack. Wow, diese Blumen sind so schön. Meine Nägel blühen mit dieser Maniküre. Genau wie Obstbäume im Frühling. Hey, kannst du kurz auf mein Haustier aufpassen? Bunny liebt Karotten. Etwas ist aber schief gelaufen. Bunny will wohl nicht, dass ich ihn füttere. Ich muss ihn austricksen. Grundiert deinen langen Kunstnagel mit weißer Farbe. Lackiert den Nagel orange. Fügt das Karottenmuster mit gelber Farbe hinzu und definiert den unteren Rand der Karotte mit brauner Farbe. Bestreicht den Nagel mit mattem Nagellack. Halbiert deine Karotte der Länge nach und schneidet ein Dreieck aus. Macht eine Vertiefung auf die Rückseite. Befestigt deinen Spieß am Nagel und steckt den Nagel in die Vertiefung. Eine Karotte ist gut, aber zehn Karotten sind viel besser. Man sieht, dass Bunny sich freut. Diese Karottennägel sind mal was anderes. Cindy's Nägel sehen nach der Gartenarbeit schrecklich aus. Aber Lilien hilft mir immer. Cindy, leg die Gartenschere weg. Na komm, ich helf dir. Bestreicht deinen Kunstnagel mit grünem Nagellack. Trag Klarenkleber auf. Bestreut den Nagel mit künstlichem Moos und drückt es an. Befestigt ein kleines Häschen an einem Ringrohling und klebt künstliches Moos an die Seiten. Jetzt hast du immer einen schönen grünen Rasen bei dir. Ein Mini-Rasenmäher wäre ideal für diesen Rasen. Und der Hase ist total süß. Lilien, ich liebe Blumen. Ich habe Blumen auf meinem Kleid und in meinen Haaren. Ich brauche auch Blumen auf meinen Nägeln. Okay, kein Problem. Lackiert die Nägel mit burgunderfarbenem Nagellack. Befestigt weißes Nagelkonfetti in Form einer Blume. Und klebt goines Konfetti in die Mitte. Sichert das Design mit klarem Nagellack. Eine perfekte Maniküre mit Kirschblüten ist fertig. Cindy hat eine neue Nagelkunstidee. Ich muss schnell zu Lilien. Cindy hat es so eilig, dass sie ihre Ostereier fallen gelassen hat. Oh nein, was habe ich gemacht? Meine Eier! Mach dir keine Sorgen. Ich werde eine stressabbauende Maniküre für dich kreieren. Lackiert dein Kunstnagel mit weißem Nagellack. Formt ein kleines Ei aus zwei Farben und benutzt Fimo. Befestigt das Ei am Kunstnagel. Und bestreicht das Ei mit klarem Nagellack. Erstellt ein Muster mit Acrylfarbe. Und macht ein Ostereier-Set für alle Nägel. Diese kleinen Ostereier sind so süß. Und die beruhigende Maniküre hat geholfen. Du hast mich gerettet. Blu-Ei will wohl keine Blumen. Ben, was ist das für ein Mob? Es ist okay, aber irgendwie langweilig. Weg damit! Das ist der Trend in dieser Saison. Siehst du? Ben weiß, wie man das Herz einer Frau gewinnt. Mit einem Geschenkgutschein für Blumennägel. Lilien, kannst du eine tolle Maniküre zaubern? Bestreich Kunstnägel mit gelbem Nagellack. Bestreut sie mit goldenem Glitzer. Lackiert den Rest der Nägel mit beigem Nagellack. Erstellt einen Akazienstiel mit einem dünnen Pinsel. Und tragt Punkte mit gelbem Gel-Nagellack auf. Und geht mit klarem Nagellack rüber. Trag nach dem Trocknen eine neue Schicht auf. Und fügt gelbes Samtpulver hinzu. Trocknet die Nägel unter der UV-Lampe. Entfernt den Überschuss mit einem trockenen Pinsel. Oh, danke! Das sieht super aus! Ein sehr hektischer Kunde kommt in den Salon. Bewegung! Ich hab nicht viel Zeit! Mach bitte meine Nägel! Lackiert ein Kunstnägel mit weißem Nagellack. Trag lila Nagellack mit einem Fächerpinsel auf. Trag jetzt Stempelfarbe auf eine Stempelplatte auf. Entfernt dann die überschüssige Farbe mit einem Schaber. Und verwendet einen Stempel, um das Muster auf den Nagel zu drücken. Trocknet es unter der UV-Lampe. Und fügt matten Nagellack hinzu. Die Kundin schaut nicht mal auf ihre Nägel. Sie ist zu beschäftigt. Sie weiß, dass Liliens Arbeit immer super ist. Er schließt wieder spät dran. Ich hoffe, sie kommt bald. Aber Ashley hat es nicht eilig. Sie kann stundenlang mit Liliens sprechen. Besonders über ihren neuen Freund. Er bringt mir immer frische Blumen mit. Liliens hat eine Idee. Sie wird Blumen auf Ashleys Nägel setzen. Bestreicht weiße Nägel mit klarem Nagellack. Und geht über die getrockneten Blumen rüber. Trag noch mehr auf, damit die Blumen auch halten. Trocknet sie und fügt eine weitere Schicht Nagellack hinzu. Und trocknet sie wieder unter der UV-Lampe. Ihr Freund hat ewig gewartet. Aber sie ist immer noch nicht hier. Endlich taucht Ashley auf. Hey, schau dir meine neuen Nägel an. Es sieht so aus, als hätte der Typ zu lange gewartet. Was ist passiert? Ich komme noch nur fünf Minuten zu spät. Oh, ist die Zeit wirklich so schnell vergangen, dass die Blumen jetzt verweckt sind? Und getrocknete Blumen sehen nur auf den Nägeln super aus. Liliens macht Ashleys Nägel und entfernt einen Faden. Aber Ashley bewegt ihre Hand zur falschen Zeit. Tut mir leid. Liliens harte Arbeit ist jetzt ruiniert. Aber ein echter Profi kann aus jeder Situation einen Ausweg finden. Trag grün, weißen und blauen Geh-Nagellack auf einen Faden auf. Wickelt den Faden spiralförmig auf einen gelben Nagel und zieht dann am Faden. Bewegt einen dünnen Pinsel über den feuchten Nagellack. Umreißt Blütenblätter mit schwarzer Farbe und fügt weiße Details hinzu. Auf den Nägeln blühen tropische Blumen. Du bekommst keine Blumen mehr. Hey, wie gemein! Ihr habt keine Lust abzuwaschen? Und eure Hände schreien nach Hilfe? Diese natürliche Kokosnuss-Handcreme wird euch retten. Unsere Kokosnuss-Handcreme spendet Feuchtigkeit. Pflegt und schützt eure weichen Hände. Schmelzt 100 Gramm Sheerbutter in der Mikrowelle. Benutzt den Mixer, um eine dicke, weiße Konsistenz zu erhalten. Fügt ca. 30 Gramm geschmolzenes Kokosöl hinzu. Und mixt es erneut. Übertragt die Mischung in ein Cremenglas. Gönnt euren Händen diese exotische Handcreme. Wow! Meine neue Creme riecht so lecker nach Kokos. Jetzt hab ich endlich geschmeidige Hände. Mein neues Bild ist fast fertig. Aber die Farbe hat meine Nägel ruiniert. Ich muss in den Salon. Lilian wird sich drum kümmern. Tragt einige Farbtöne auf einen Schwamm auf. Entfernt die überschüssige Farbe. Und färbt einen weißen Kunstnagel. Bestreicht ihn mit mattem Nagellack. Und kreiert ein Gelblütenblatt. Trocknet den Nagel unter der UV-Lampe. Macht dann eine schöne Blume. Und tragt etwas Kleber auf die Mitte der Blume auf. Dekoriert die Blume mit Strasssteinen. Und Kaviarperlen. Eine perfekte Künstler-Maniküre ist fertig. Wie fandet ihr unsere Nell-Art-Ideen? Schreibt uns, welche Idee ihr gerne ausprobieren würdet. Wollt ihr ein Osterei auf den Nägeln? Oder züchtet ihr Moos? Oder wollt ihr schöne Karotten-Nägel? Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.